Battlegrounds mit uns in dem Sinn Sieh zu den Feinden hin Komm mit, wenn rot und blau sich streiten Viel Spaß mit Axt und Pump Bei Battlegrounds ist es für Na gut, ich sag mal so So ein Haus ist ja sicher auch Schutz Na, shit Schlimm bleiben! Brickel dich kaputt mein Freund Oh Monsieur Ja gut, aber wo hab ich den jetzt hier mit Ah, ne, ne, halt Wer rollt denn da an mir vorbei? Aha Oh mein Gott Alter, was kann man da machen? What the fuck? Direkt mal so ein Merz-Paket nehmen und ein Reddott hier drauf Hallo? Jetzt hab ich keine Money mehr Oh shit, oh shit Ich brauch'n Fahrrad Aus geht's Bicycle Laser Sight wird drauf gemacht Boom Oh fuck, no Oh Ach du Scheiß Oh Ne, nein Da geht die Ding zu Oh ist das laut Ich hoffe, er sieht mich einfach nicht Ich werd' nur mich einschlagen Oh shit, oh shit, oh shit Ich brauch'n Das bathsucker Woah, woah, woah Oh, ja Oh shit, one on one Da ist er Jawohl hat zwei Hits Hallo Nein Ja, alter Verwalter hat den Frontflip gemacht Äh, what? Hä? Mit dem Schwert Das war legit Jetzt hab' ich das Schwert Ihr Loser Aha Mein erstes Apfer Guten Tag Oh fuck Oh fuck, der hat nochmal Friesi Alter, ich bin so ein Löcher Er war grad so schön am looten Crossbow Das hat sich erledigt Eigentlich hab ich schon gewonnen Und ich hab'n Fahrrad Äh, das ist optimal Das ist nicht zu übertreffen Richtig geiler Scheiß Wilhelm Tell auf dem Fahrrad ist Äh, Wilhelm Tell im Auto, meine ich Ich mein' natürlich Wilhelm Tell auf dem Chopper Wilhelm Oh Wilhelm Was willst du von mir? Wilhelm Oh Wilhelm Ich erschieße ein Tier Hier komm ich nicht hoch mit dem Kackding Lächerlich Oh, jetzt zieht er aber ganz schön Uh, uh, uh Oh, uh Oh, uh Das in die Straße Da ist die Straße Stopp, stopp, stopp Stopp Oh, oh, oh Oh shit Oh shit Wir haben überlebt Feinde Wilhelm Feuer Na, was sagst du dazu? Oh, oh, fuck Wilhelm Oh, oh, fuck Okay, Wilhelm Wir heilen uns kurz Oh Oh unfair das hat nicht gezählt ich rein euch auf mein bike voll rein voll rein voll rein was geht denn da draußen ab jungs ich bin gerade in meinem haus und möchte ich nicht gestoßen oh hallo so der hat ein schwert in der hand da oben rennt einer da hole ich mir jetzt der axt gegen waffe erste runde der hat auch ne ok nein 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 weiter kurz ein hackebeil komm mal her wendy was hat man hier alter crossbow noch besser ich bin nur kurz konzentriert und da kriege ich mir in den sack ist er durch da trifft er morgen gar nichts der kerl und genau am ende als alles verloren schien kam die situation die die spreu vom weizen trend ich hab noch fünf schuss zu bahn gehabt ich sag mal so ja profi